Hallo Massif, mein Name ist Roland Bialke. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, ich habe einen Konzertauftritt von dir kritisiert. Das Konzert, der Auftritt war am 18.09.2010 in Berlin-Neukölln unter dem Motto gegen Polizeigewalt und thematisierte die Ermordung von Dennis J. durch Polizisten. Ich kritisierte die sexualisierte Sprache in deinen Texten und hoffe auf eine Stellungnahme von dir. Ich bitte dich nicht mehr sexualisierte Sprache in deinen Texten zu verwenden und hoffe, dass du dich gegen Sexismus engagierst und vielleicht das ein oder andere Lied für antisexistische Arbeit schreibst. Dankeschön.